Beef. Es... Okay, hier ist nichts. Also gehe ich weiter. Ähm, boss time. Ich save lieber. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich weiß nicht, wer was. Das Tanz der Tod ist bei auf Doom! Und es hat uns Multileg mitgebracht. Oh Gott. Alter. Scheiße. Sie halten nicht viel aus, aber sie tun weh. Und ich kann sie nicht sehen. Die tun drei Schaden? Okay, ich gehe gleich hier in die Mitte. Dann gehe ich hier hoch. Dann... Hey! Nein! Ich hasse euch. Ihr seid ja schon ein schwules Pärchen. Oh Gott! Die sind nervig! Oh, die Musik ist creepy dazu, ey. Oh, natürlich! Was? Ich habe sie... Oh! Ich hasse dieses Pärchen. Ey, der... Hier! Spürt das auf euren Schuhen! Das gibt's nicht! Einmal. Sterbt! So! Danke! Gimme! Dadadam! 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 Ja, ja, ja. Das tanzende Power of Doom. Gott, ey! Verdammt. Ich mach weiter. Noch bin ich nicht fertig damit. Ja, was ist Mr. Schildwache? Ich bin in der Bibliothek. Patschi! Wo ist Patschi? Patschi ist hier so... Ich kann mir gut vorstellen, Patschi ist hier Boss. Haha. Haha. Moment mal, die Bücher bewegen sich. Das ist mir komplett unsympathisch. Der ist ja nur total lachhaft. Okay. Aber irgendwie ist die Stage ganz gechillt. Ich mein, so mit der Musik und... Ja... Ab und zu mal ein Ritter. Da unten ist ein Geist. Mit Geistern, die nicht sterben wollen. Kommen mir alles irgendwie bekannt vor. Kenne ich aus Kinderbüchern. Wo ist der Ritter hin? Okay. Er ist weg. Soll mich nicht stören. Oh, aber du sollst mich stören. Deswegen töte ich dich. Guess who's dead? It's you. Yeah! The most effective weapon in this game for bosses. So. Friss das. Hihihi. Mip. Yeah, das brauche ich. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Okay, ich soll hier wohl runter. Das erste Mal ist ich eine Treppe runter. Oh Gott. Er ist ein Gargoyle. Ne, tut mir leid. Nein, das will ich nicht haben, Sir. Aua. Au! Puch! Ich schwöre dir, Pachi. Das kriegst du zurück. Ha! Oh Mann. Ich kann auf einer Treppe nicht springen. Das ist scheiße. Da ist ein Buch. Komm her. Komm her, Buch. Ha, fick dich, Buch. Ähm. Okay, so funktioniert das. Das war Health. Finde ich cool. Pretty cool. Hopp. Nein. Runter! Du Pfosten! Tot! Wie weit runter geht denn diese Bücherei? Nein, das will ich nicht haben, Sir. Ah, hier geht's runter. Okay. Ähm. Treff ich? Ne, natürlich nicht. Ach, das war so klar. Jetzt spiele ich Dirty. Hier. So, fuck you. Ich brauche... Ich will diese Herzen. Ich habe jetzt die... Au! Okay. Und jetzt. Du Arsch. Bücher. Bücher hopping. Okay. Bücher hopping. Habe ich in der Regel kein Problem mit. Aber wenn hier noch ein Skeletto ist, habe ich damit ein Problem. You shut up and you shut up. Komm her, Buch. Oh, Gott. Komm her, Buch. Ja, gute... Oh, ein sehr gutes Buch. Ich werde ab und zu jetzt lesen. Ich schwöre es dir. Äh. Tut mir leid, dass es mir... What the fuck? Lässt du mich los, du Fotzenbuch? Äh, Bild. Das sind jetzt nicht hier Bilder. Ich bin jetzt... Könnt ihr mal sehen, Leute. Ich bin voll auf... Ähm, Buch fixiert. Mega Health. Ha! Verdammter Hund, ey. Armer Hund. Ha! No! Oh, fuck. Und ich springe natürlich genau rein. Das ist so typisch für mich. Hm. So. Hey. Dum, 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 dum. Duff. So viele Herzen. Ich trau euch nicht. Ah! Teppich of Doom. Och. Halt's Maul. Hihihi. Ähm, da ist noch was, das ich haben will. Und da auf dich nehme ich... Alter. Weh, jetzt ist hier nichts. Arschlöcher. So ein Motherfucker. Wie ich ihn hasse. Der steht... Das habe ich ganz vergessen. Mein Bumerang ist ja weg. Lässt du mich los. Ah. Ach, Mann, ey. Jetzt bin ich mal eine schöne Waffe los. Und meine ganzen Herzen. Oh Gott, wieso springe ich immer in den rein? Ey, geh runter. Ah. Okay. Ich laufe einfach, weil ich weiß, dass... Die Teppichfalte of Doom hier ist. Ja, natürlich. Die Fotzenfledermaus trifft natürlich. Die ist ja auch more than immortal. Wenn ich mich auf Treppen bewegen könnte, würde ich es machen. Ich gehe jetzt einfach. So, tschüss. Ich habe echt noch nie was von aggressiver Kunst gehört. What? Alter, Leute. Jetzt zwingt mich dazu. Ich will das nicht machen, aber jetzt zwingt mich dazu. Ich nutze es gleich wieder, ey. So. Ich bin. Oh. Ach. Ich bin.